WDR mediagroup GmbH Wieder ein Konter Auch ein Konter Ich würde mal sagen, da konnte ich nichts mehr dafür Ich danke euch. Ich danke euch. Da konnten sie nichts mehr dafür. Oder? So, warte mal. Ganz kurz. Dann geht der rechte Post ab hier. Direkt hier vollauf mit Brötchen. Ich könnte es ja noch mal fahren, oder? Wir an die Wäsche wollen. Oh, ne, komm. Unglaublich. Oh, der kann ja auch einen. Ja. Aber ich auch. Wunderbarer Contacill hier. Oh, morgen Contacill. Ah, weg rein. Oh, weg rein. Ups. denn jetzt ab dafür so dann haben wir jetzt den hier noch dann noch mal den und dann den um gar drei tschürmchen macht platz wie macht platz mach platz er beobachtet erlauert, er versucht uns ständig bleibt stark und stark wie verlangt und wartet euch gegen eure feinde ein jeder so wie er kann verflucht ihn, gebenbauer, das wollte ich nicht vergessen versteige das türmchen wo wurde es gesehen ist da irgendjemand hinterher klettern? ach der fehlt nicht da egal, du machst ja gleich diesen super jump, dann ist er hier wieder gegessen ja, würde ich mal sagen, das war ein super super jump ja, das war ja, das war ja, das war dann machen wir mal bitte ganz kurz eine kleine pause ganz kurz so dann machen wir mal eine bürgerrettung ja ja guck mal, da ist eine neue Aufgabe da ja, einmal Taschendiebstahl oh, Taschendiebstahl um diese barbarischen Faden zu rächen betet das Gott im riesen Wald sein Name mit uns sein werde auch dass er uns in die Schäden so bleibt und eine Flagge mhm ach, er wird sich verletzen und wenn das passiert, werde ich ihm nicht helfen was macht ihn zu solchen Verhalten treiben er sollte aufhören sich wie ein Kind zu bedienen gut doch das gehört diese Mann sich nicht warum sie immer gehört und es ist unsere Pflicht direkt die bis zum Tor hinzu ach, die Pazwerge da hinten die Maserlocher platt die Maserlocher müssen besiegt werden holst du dir holst du dir holst du dir holst du dir holst du dich den Kopf ja 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 14 15 15 19 20 42 42 43 42 dass ich mich nicht normal mit einer Frau unterhalten kann. Ja, ne? Echt, ne? Gar nicht. 9 von 10 Burger Rettung, das ist eine Burger Rettung, gibt es auch noch. So, dann nehmen wir doch jetzt mal den Taschendebit an. Ja. Ja, was hier wohl passiert ist, ich kann es dir nicht sagen, ich bin nicht schuld. Nix von mitgekriegt. Ne, ne, ne. Oh, ich muss gleich hier Diebstahl begehen. Ja. Nein. Ah. 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 Und direkt erfolgreich. Was wollt ihr? Da ist Turm beplättern, ne? Wackel sammeln! Willkommen, ab auf den Turm! Ja! Auf alten Turm! Jetzt einmal im Kreis laufen! Ne? Ja! Cool! Da hast du halt ein bisschen was von der Umgebung gesehen! Ah, da kommt wieder so eine Lady! Gehe euch an! Ich bitte euch! Nur an die Kleinen, bitte! Du schaffst sie wieder! Juhu! Ich will die Dinger hochklettern! Da ist er ja! Da ist er ja, der Jünger schreibt, ne? Da! Hier habt ihr nichts zu suchen! Geht! Joaah! Halt! Ihr dürft hier nicht passieren! Hörtet ihn! Wurderst du wieder gesehen! Wurderst du wieder gesehen! So ein Beklettern erwischt worden! Ach guck mal einer an! Hallo! Oh scheiße! Hm? Schade, dass sie da nicht Haas runterschmeißen können! Ich hab's probiert! Jaja, ihr habt's gesehen, aber leider ist die Mauer zu hoch gewesen! Einen Aussichtsturm-Punkt gibt's noch! Einen Aussichtsturm-Punkt gibt's noch! Ja! Gottloser Heide! Einen Aussicht! Acht! Belgen! Das war's schonmal für den. Ja, das Fähnchen lässt er dir nicht entgehen, ne? Böhner, äh, Run? Für Bürgerrettung? Nein, ihr passiert es nicht. Dreckig, ich werde dir die Hände abschlagen. Dreckiger Sieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Wird eine kleine Spende. Warte schon ein bisschen an der Runde und dann... Nein, geht nicht schnell. Das will euch das Leben fassen. Bitte. Oh, warum tut das? Hahahaha. Oh. Hm. Die hatte ich aber auch bedroht. Das war Notwehr. Das hab ich jetzt aber auch genau gesehen. Also... Und zack, schön. Und noch noch schön. Oh, da muss ich dich ja... Und sehr schön. Und oi. Muss ich den Schutz nehmen. Das war wirklich absolut Notwehr. Das war wirklich reine Notwehr. Das war wirklich reine Notwehr. Das war wirklich reine Notwehr. 100%. Oh, wer? Wo ist denn der Turm? Da oben. Der musste nachher noch ein bisschen klettern. Ah. 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 Da muss ich ja wirklich ein bisschen klettern. Ja. Da gucken wir mal, ob man hier hochkommt. Ja. Da gucken wir mal, ob man hier hochkommt. Ein Versuch ist es definitiv wert. Aus. Na auch doch nicht. Ja. 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 Ich glaube, ich muss einen einfacheren Weg finden. Ja. Da ist eine Farbe. Ah. Ja. Dann auch da hin. Oh. Haben wir gefunden. Ja, kannst du da ein Stückchen hoch. Ich denke mal, ich kann da ganz hoch Nein Also wenn du da runter gehst, so ein Stückchen nach links Da war so ein kleines Vordach Also was heißt Vordach, aber so eine Runter Genau, darüber und jetzt rechts Da Oh, schwimmen können wir nicht Ich glaube, wir sind abgesoffen Ja Eindeutig schwimmen kann Alter, ja nicht Da haben wir doch einen anderen Weg Habt Ich denke, da ist es nicht so einfach Ich denke, da ist es nicht so einfach Was, da will der nicht hoch Ne Abnase 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 Abnase